Oh Junge, warum habe ich jetzt die Wolle nicht reingepackt? Hä? Ach ich habe dafür das Braum an. Jetzt hören sie Logik. Ich habe zwei Buch, wo kommt Buch hin? So. Wo kommt Buch hin? Buch unter Holz. Holz? Denke ich. Ich meine das besteht doch aus Holz oder? Aus Leder und Zucker, ja aus Papier. Ja Papier besteht ja aus Holz. Ich tue es bei Pflanzen an. Bei Pflanzen. Ein Junge, Papier wird aus Zuckerrohr gemacht. Ja aber ein Buch ist eine sehr gute Pflanze nicht. Auch nicht aus Holz, ja. Dann tust du da Werkzeuge. Das ist doch auch behindert. Oder mach so eine Zauber, mach eine neue Truhe. Warum habe ich aus Quarz gebaut? Mach eine neue Truhe. Mit diverses. Oder Zauber. Warum habe ich das aus Quarz gemacht und nicht aus Schnee? Keine Ahnung. Da drin, mach mir das in die Fakette. Ich meine eine Satellitenschlüssel hat nicht jeder und eine Satellitenschlüssel aus Quarz ja sowieso nicht. Machen wir noch nicht. Kann man hier? Nee, kann man nicht. Okay. Loll. Können wir dafür. Vielleicht geht das raus. Aber was wollte ich jetzt? Ja, das ist ja auch ein Surfenwerk. Zintensäcke. Zintensäcke. Und... Nein! Nein! Da ist Kohle! Ach komm schon. Zwei Eisenflöten gegangen. Mach doch Wasser, Jungs. So, ich habe noch zwei Kohle. Gute Tentenfische. Ich glaube Kohle brauchen wir nicht, oder? Nö. Jetzt muss ich erstmal wieder scharfen. Ui, Redstone. Da freust du dich wieder, ne? Jaaa. Jetzt habe ich wieder die geile Orientalmusik. Jaaa. Nicht mal pfiffen. Hast du diese Aussage gehört? Was? Jetzt habe ich wieder diese geile Orientalmusik. Nicht mal pfiffen. Spreng! Spreng! Lauf! Lauf! Eine rote Wolle gekriegt. Yo! Noch eine! Nein, zwei! Jetzt habe ich wieder die geile Orientalmusik. Drei! Nicht vier. Alter, dieser Monolog war auch heftig. Super heftig Monolog. Lava! Ich brauche Tintenfische. Kann man Tintenfische schören und dann die... Nee! Entschuldigung für diese Frage. Oh. Was? Smaragd? Oh, wir können ja auch noch das Ingresbetzernhaus ein Smaragd drauf reinbaren. Ja, wenn wir Smaragd haben. Warum hast du keine Verzauberung? Ähm, was? Glück. Das liegt daran, dass... Haben wir bei uns einen Zaubertisch? Ja, haben wir. Aber noch nicht genug Flüchern. Loi, warum laden bei mir die... Sorry. Wo haben wir unseren Zaubertisch eigentlich hin? Ähm, bei der Treppe nebendran des Glashau... Ah! Ja, da kommt auch noch Glas. Und jetzt durch... Hä? 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 Eigentlich Tintenfische. Ich kann mich nicht erinnern. Nicht aber. Da hab ich nicht auch hochgeschlagen. Ah! Ah! Weh. Weh. Ich erinnere mich. Da ist ein rotes Schaf. Ich bin aber weiße Schäfer. Schäfer. Das ist auch so ein Schäfer, ne? So, und ich kehre jetzt hier einen Tintenfisch. Meine Hand tut weh. Und noch einer. Ja. Meine Füße brennen. Das seht ihr keine Sau. Scheiße nochmal. Nochmal das ganze verbornen. Mit Klappe. Äh, ohne Klappe und ohne Tod. Oh, jetzt hab ich ihn fast. Und... Rudolf hat die Klappe. Aber in diesem Fall sonst hören die Klappe halten, ne? Ach was. Na, ich dachte wir ihn reden. Sonst wird's ja langweilig. Gell. Ohne mich hier. Ich bin unterhalb und pur. Ja, dann lass dich jeder schief bei jeder Bemerkung. Einfach lächerlich. So, ich suche Schafe eigentlich. Mu. Ja, die hab ich alle geklaut. Nein, du Klauer. Graf, du hast das Schaf geklaut. Schnippel, schnippel, schnippel. Sollen wir wieder Zinsen klauen? Die Dame, die Wasserabschluss hatten. Ne, da Maus! Die schere ich. Wo bist du? Scheiße! Was? Ja, deswegen schickt man mich nicht auf Höhlen-Touren. Fünf Diamanten, ein Haufen Kohle und ein Haufen Eisen. Kräftig versucht, in der Lava zu schwimmen. Hey, sie hat dann die Tür offen gelassen. Ja, ich hab's nicht mit ihm gekriegt. Voll hier oben. Voll hier oben. Okay. Oh, eine Satellitenschüssel. Gucken wir's doch mal von unten an. Das war ein bisschen blöd. Das war Absicht. Also eine blöde Absicht, oder? Wollen wir mal, wo können wir denn dann den Fernseher hinbauen? Wir müssen ja oben. Da. Achso, ich glaub, wir werden die ganze Zeit verlassen. Wir können auch nochmal unsere Zimmer ein bisschen verschönern. Ich hab hier nämlich nur einen Lachs. Ich hab hier nämlich nur einen Lachs. Bei mir, hier. Bei mir sind wenigstens Schilder an der Tür. Elternhaften für kleine Kräftigs. Ja, okay. Vielleicht nicht ganz schön ausgespügt, aber ich hab schöne Schilder. Toll, bei mir lädt es eigentlich grad nicht. Deswegen hab ich... Ah, meine Hand tut weh. Traum, wo es nach Hause gibt, schon zu viel gezockt. Ja. Ich hab keinen Plan, wo es nach Hause geht. Ma, 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 ma. Ähm. Kräftig. Tode. Zu viel. Achtzehner. Ähm, da waren wir. Mäh. Achtzehner, ne. In Klammern. Und. King of Kills. King of Kills. Glaub ich. Glaub ich geh jetzt auf Höhen zu. Kings. Nee. Geh jetzt auf Höhen zu, Mann. Ach ja, stimmt. Ich wollte ja runter eigentlich. Ohne zu sterben. Boing. Boing. Angeber. Warum? Weil ich... Ja, sag der Richtige. Da geht's nach Hause. Ich hab nur Boing gesagt. Was? Hast du sie gesehen? Haha. Das sieht einfach nur so ein bisschen dört aus. Die sind zu cool. Ja, es hängt wieder. Jawoll. Du bist gestorben. Du bist gestorben. Ich bin... Verzweifelt. Mach du einen wieder in Kutz? Gleich. Jetzt wissen... Wisst ihr was gleich passieren wird? Bei ihm hängt es einfach ins Mülle, ja? Ja, bei ihm hängt es. Gleich. Jetzt wisst ihr was gleich passieren wird. Es läuft! Ja, es läuft. 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 Das liegen nur dann... Du musst jetzt dauernd kurz schreien. Kurt, Kurt, Kurt. Und dann läuft es wieder. Ich glaube wir machen wieder einen Cut. Es ist so gekloppt, aber okay. Ja, okay. Aber es ist doch, ich will hier ein Schwein bringen. Ah, tot, tot, tot! So. Äh, bis ähm, in 3 Sekunden oder 2... Oder vielleicht sogar in 1 Sekunde. Oder vielleicht auch in 1,37 Sekunden. Ja, bis nachher halt. Ja, tschüss. Ich bin da. Ja, ich auch. Also, willkommen zurück. Das Schwein habe ich doch gerade eben gekillt. Jawoll. Boah, stirbt. Ähm, was wollte ich noch wollen machen? Ich weiß, wo du sichere Auffüllung vorgehen kannst. In unseren Steinbruch. Und dort nicht in einem Gang wieder graben. Wir haben einen Steinbruch. Wir haben den. Hallo? Natürlich. Ähm. Ach ja, der Schnee, der fliegt. Ach ja, wir haben ja einen Steinbruch. Da kannst du vielleicht... Ach ja, die Satellitenschüssen nochmal. Wo, wo, wo? Ich habe keinen Bock hochzulaufen. Kann ich hier eben nur schnell sterben? Es reicht nicht, wenn du vom Leuchtturm springst. Ja, ich schaffe alles. Und außerdem hast du ja eine Rüstung an, ne? Stimmt. Ah, verdammt. Die Mai. Ich habe einen Fehler auf dem Elf. Ich fühle schon ganz ruhig. Spring! Spring! Okay. Nein! Ich wollte gerade das Spiel verlassen. Oh, 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 geht ja gar nicht. Oh doch, das geht schon. Es läuft nicht. Oh, 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 oh. Ach, wieso eine weiße Wolle? Ich habe zwei weiße Wolle. Ohhhh. Ha, 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 ha. Verfalle ich schnell die weiße Wolle da oben. Hey, Chiefo, wir waren im roten Fernseher, wenn ich überhaupt. Mir баб schon viel rote Wolle? Soo. Ne? ikat fest? sowas hast du nicht ihr hier habt du oder steil schweißer so schön von der runde wieder gestorben hier hallo wir wollen nehmann ein nehmann ja ich habe gleich auf alle jubiläum jetzt Ich hab ja was in den Chat geschrieben, was ich noch vormachen muss. Haha, King of Kiehl's?